Das ist eine Kameratasche von Hama. Das ist ein Hardcase. Das werde ich gleich mal hier im Detail ein bisschen vorführen. Das ist also eine Hardcase-Tasche für sogenannte Action-Camps. Diese kleinen Camps, die kennen Sie ja auch. Da gibt es auch jede Menge Zubehör dafür. Und da hat Hama sich überlegt, eben eine Tasche für zu konzipieren, wo das Equipment auch ganz genau reinpasst. Die Oberfläche dieses Hardcase ist verstärkt. Wie man hört, kann ich Ihnen dann nur so zeigen. Das heißt, dass die Tasche halt eben so gegen normale Stoßeinwirkungen, die man so von außen hat, nicht sich so ohne weiteres verformt. Das ist also kein weiches Material. Was auch ganz wichtig ist, wenn man hier mit dem Reißverschluss sich mal das Innenleben anschaut, da hier auch das ganze Equipment dann verstaut wird. Die Besitzer von einer Action-Camp von Ihnen, also hier zum Beispiel die GoPro, die können sich natürlich jetzt anhand dieser ganzen Abmaße, die hier so drin sind, vorstellen, was man da so passgenau alles reinbringen kann oder beziehungsweise unterbringen kann. Wir haben das ganze Equipment jetzt gar nicht hier. Ich könnte jetzt einfach so die Kamera hier oben reinmachen. Das ist natürlich ein bisschen wenig, aber wie Sie sehen, das ist halt eben hier alles ganz genau ausgespart, um halt eben speziell dieses ganze Zubehör für diese Action-Camps da, die einfach hier so unterzubringen. Also nicht die Kamera, beziehungsweise natürlich auch die Kamera, aber halt eben hauptsächlich auch das ganze Equipment und Zugehör dazu. Also halt eben die Stromkabel, Akku, Ladegerät, irgendwelche Schrauben und Kämmen, die man halt eben so braucht, bis hin zu so kleinen Fächern, wo man das Speicherkarten unterbringen kann. Der Deckel, der hier oben ist, da ist nochmal so ein Gummiband dran. Da kann man auch nochmal ganz grob irgendwelche Sachen unterbringen, Bedienungsanleitungen zum Beispiel oder halt eben auch einfach das Netzkabel für das Ladegerät und so weiter und so weiter. Das ist also alles hier praktisch dann passgenau, genau dafür gemacht. Ja, die Tasche macht man also hier mit diesem Reißverschluss einfach auf und zu. Mehr gibt es da eigentlich auch nicht so zu sagen. Das war, die noch zwei Zipper haben, Oberfläche, wie gesagt, leicht angeraut und stabil. Und ja, das also hier war die Hamer-Kamera-Tasche, das Hardcase für die Action-Camps.